voll scheiße du bist ja oh lol damn killaure damn killaure habt ihr das gesehen wie ist denn das Slive der X ja ja schau dich den an diesen Ficker lol mhm hacker takedown easy mhm jo leute ich bin wieder bis dahin wieder zu einem kleinen weiteren minecraft survival games auf gommehd.net ja äh holzi team ok lol seht ihr das holzi sieben und holzi ist eben rechts oben links neben, äh rechts neben mir keine Ahnung weil du dumm bist nein ähm der eine ist mit 4 i und der andere lol holzi ich nenne die Folge einfach holzis nein ich nenne die Folge nicht holzis denn die Folge ist für etwas ganz anderes bestimmt und zwar wollte ich einfach nur sagen danke 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 3 Stunden später danke einfach für 300 Abonnenten äh das haben ja noch nicht so viele Leute hier auf YouTube geschafft Spaß also es haben genug Leute geschafft aber trotzdem es ist einfach richtig cool dass ihr ähm dass ich jetzt 300 Abonnenten geschafft habe und wenn ihr euch vorstellt ähm von den 0 zu den 100 waren das glaube ich ein Jahr oder so Dato Peaches oh ich mag jetzt nicht ähm waren das ja waren das ja ich glaube ein Jahr habe ich gebraucht für die 200 habe ich dann noch gebraucht so ein halbes Jahr und jetzt für ich glaube für die 2 2 Monate nicht einmal nicht einmal also es ging richtig hammerhart schnell du magst lol da ist er oh mein Gott das ist das Holzi Team oh mein Gott schau dich an wie süß sie sind oh so süß ich würde sie so gern knuffeln lol damke Laura damke Laura lol dat Team Abuse du Junge willst du mich eigentlich GG nein 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 es wäre so schön gewesen der hat noch einen verdammten Heat gebraucht ja ok du bist dumm soviel zum Thema nachrennen and stuff einfach wollte ich mich einfach nur bedanken für die Holzi nein für die 300 Abonnenten für die 300 Abonnenten vielen Dank hier und jetzt an alle von euch und dann komme ich gleich schon zum nächsten Thema und zwar das Abonnenten Special was soll ich als Abonnenten Special nehmen als 300 Abonnenten Special 300 ist jetzt nicht gerade die beste Zahl also alle guten Dinge sind 3 ok ja aber es ist jetzt gerade nicht das beste für ein Special also ich hätte mir überlegt weil ich feiere jetzt bald auf Urlaub also das ist jetzt wahrscheinlich das letzte bzw. vorletzte Video vor meinem Urlaub yes Peace Peace Nerd oder auch nicht oder auch doch oder auch doch nicht oder auch doch Peace he 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 sure ok ähm ich trau mich doch nicht egal ich mache YOLO wohl hast du mich irgendwie unterschätzt Holzi 1 ähm und also was soll ich ich sehe dich hallo ich sehe dich nein ich sehe dich wirklich nicht ich sehe dich nicht äh was soll ich denn da jetzt genau als Special nehmen ich tu ihn mal so als würde ich ihn nicht sehen äh äh ah ist das Little Bommel nein es ist nicht Hilfe 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 Verdammt am Laptop hängen geblieben verdammt 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 gemacht jedenfalls wenn ihr das videos jetzt bin ich schon wieder auf urlaub und wenn ich auf urlaub in keine videos und darum habe ich mir überlegt als 300 abonnenten special ich bin nämlich zwei wochen auf urlaub nachzüglich am handy was zusammenzuschneiden und zwar film ich meinen ganzen urlaub und schneide ich dann da was am i need your ex und da ich dann da was so als 300 abonnenten specials kleines damit irgendwas halt schon kommt weil nichts machen nein das mache ich nur bei 1000 und ja das wollte ich einfach mal sagen und jetzt komme ich noch mal kurz einfach zu den dankesagungen und was eigentlich bei diesen bei diesen 100 leuten die dazu gekommen sind erst mal danke an alle die mich abonniert haben und nicht danke an alle die leute die nicht aktiv sind nein also inaktiv ist natürlich ungegeilt wie er mich einfach genau gleich aufzüglichen also das war jetzt doch einer also danke was jetzt alles noch dazugekommen ist so bei diesen 300 leuten also dann auch an alle die jetzt inaktiv oder irgend sowas sind ist sollte sich gerade das feinste bitte die abonnieren aber naja überhaupt fein wenn ich es auch nicht wenn es diese leute werden ja ich abonniere diesmal bei 300 und dass du halt extra 300 ist und dann bei 300 wenn du hast ich die abonnieren dich damit wenn du schon special hoch geraden hast ich sagen kann voll scheiße du bist ja oder dem kilo hat dem kilo hat das gesehen wie ist denn das die live der x ja ja die laura die laura report werde ich danach gleich an das kommentieren schicken ich hasse leute die kilo haben was ist denn los mit ihr warum musst du hacken warum musst du das tun oh mein geld habt ihr das gesehen oh mein gott und dann habe ich noch dem links dem links die me und ja was eigentlich die ganze zeit eigentlich nur für projekte gleich dreht er sich wieder um projekte und so dazugekommen sind als beispiel die so weit begeben folgen jetzt bis 20 mein popschutz meine maus zum beispiel die so weit begeben folgen 1 bis 20 den bis noch schau dich den an diesen ficker 0 hacker takedown easy hacker takedown ok that's exactly not the way you do it ok egal danke für den kill ich bin schwer beeindruckt von dir du lieber kleiner hacker nap egal die sterben in einem loch weil lecker nichts drauf haben ok aber das war schon schön das war sogar so und forst viel das war nicht mal killer war das war forst viel da schaut man sogar noch zu dem opfer hin dass man schlägt das noch 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 auffälliger und headshot ach verdammt aber ich habe zwischen jetzt irgendwie immer solche lags das gefällt mir nicht nein nein wie es einfach nicht gemerkt hat ja normal wieder schon so ein weg ok komm du bist richtig dumm du hast das hier mit offiziell ich hätte ich hätte so gelacht wäre ich jetzt gestört bin egal und ja es sind neue projekte wie zum beispiel survival games dazu gekommen habe ich schon zu weit davor gebracht aber jetzt nicht so wirklich als berücksichtigen serie was noch dazu gekommen hast die erste folge halt jetzt und wie gesagt das ist richtig blöd ihr bringt zu wenig fragen also das wird wahrscheinlich nicht weitere leben dieses projekt kommt und wie können ledig bürger in bürger in bürger komm fachschaden fachschaden herrn 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 was singe ich ich singe hier nicht mal herrn 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 environments die aqui 0 m herrn herrn welchen herrn am herrn herrn Und go. Ah, perfekt. Großes. Großes. Nein, nein, nein. Nichts gut, du bist. Das ist nichts gut. Laber nicht. Bitte nicht schlussen. Hey, bitches. You're such bitches. Komm, renn voll rein. Hm. Hm. Finde schön. Ich weiß genau, dass du low bist. Fuck. The first guy down. Off the team. Hm. What the fuck. Okay, du bist done. GG. Oh, geil. Okay, ich wollte einfach nur sagen, danke, wie gesagt, für die Abonnenten 300. Mit diesem kleinen schönen Win verabschiede ich mich dann von euch. Ich finde es einfach so cool. Danke, wie gesagt, also die Projekte, Husk, sobaldgames und so weiter. Wenn ihr irgendwelche, ja, Hacker, jetzt. Nicht wegen irgendwelchen Ideen, sondern wie gesagt, ich fahre jetzt für zwei Wochen lang auf Urlaub. Da werden dann keine Videos kommen. Leider. Da werden halt, wie gesagt, keine Freunde, äh, keine Videos, keine Freunde. Es werden keine, ähm, Videos, ich wollte schon wieder Freunde sagen, keine Videos leider kommen, diese zwei Wochen. Dafür will ich euch jetzt 300 Abonnenten, zum Beispiel nach den zwei Wochen, von meinem ganzen Urlaub was zusammenschneiden. Was haltet ihr davon? Ähm, zeigst du mir mit deinem Like. Ich fahre übrigens am Montag weg, also gleich geht sich noch ein Video aus. Aber nochmal, danke an 300 Abonnenten. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächstes Mal. Euer Mr. TP. Und wir freuen uns schon auf die nächsten 100. Dann kommt nämlich das nächste Video. Spannend, fahrt raus. Erstes, nächstes Video. Sagen wir einfach, dass das nächste Video kommt. Ähm, so, tack. Dann kommt das Video noch heute. Gut, ciao, tschüsskowski.